Schwamm wird Dingsüberwirft Scheiße Ich hab grad eins Nein nein Geh einfach weiter Alter Geh mal ne Schau Soundbuck Ah Flamme Soundbuck einfach bei uns Junge Das ist nicht gut wenn ich jetzt das Alien nicht angerannt höre Das Alien hörst du noch aber die Musik ist weg Achso Guten Tag Und jetzt Mach Platz Ich habe dir was gesagt Ey Schrank Ne ich muss zu meinem Ziel Sie holt jetzt das A Team Ja stimmt Oh Wo ist der alte Verwandtschaft Und Funkernpatron Hä Leute Da Jetzt kannst du nämlich rechts oder links geradeaus gewickelt werden Ah diese Bodensäcke da Haha Ja 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 rechts oder geradeaus Lüftungsschacht Boah Da ist es nicht mehr Noch eins Oder dasselbe Ab Das hat sie so komisch bewegt Nein Noch eins Du Pisser Ja Ab Zieh dich zurück Bedroh doch nicht so ein fettes Ding Zwei Stück Junge Junge Wenn die beide Geister auf dich zu rennen würden Stell dir das mal vor Ich meine ich finde beide Aufhalten Nicht lange Nicht lange Das stimmt Vor allem du findest viel zu wenig Munition Ist dir das mal aufgefallen Ich jure es Du findest viel zu wenig Munition Frederic Das Problem ist es kann auch hinter dir kommen Weil zwei sind Weil zwei sind Der wir sind gelöst Aber okay wir müssen da Da kommt sie nicht mehr weg ne Das ist Ende Das kommt da Nein Nein Dauer Nein Ah Hab ich doch gesagt Vielleicht war das Schiff Gar kein Schiff Und so sieht das hier jetzt bald auch dann aus Meine ich ja Das ist Das ist Nicht mehr schön Nicht mehr schön Nicht mehr schön Das ist das Problem Ich mag keine Aliens mehr Vor allem so kennt man eigentlich keine Aliens Ich kenn nur Aliens so mit so Birnenköpfen Irgendwie so Ey aber Dass wir in zwei Tage übernachten dann nur Horrorschute spielen Das müssen wir echt öfter mal machen ne Mhm Ist für übel Spock Da muss ich auch noch ne Festplatte zulegen Alter das ist ja auch Wahnsinn Dann wäre es Ich dachte das das auf Wahnsinn Wären bestimmt drei Aliens oder so Drei oder vier Aliens Das ist Das würde es ja nicht Ich seh zu wenig Ich weiß nicht Ich glaub nicht das Also ey Es könnten jetzt zwei sein ne Ja Aber du musst dir das nochmal vorstellen Ja Red weiter Wenn sie es geschafft haben Zwei zu werden Und drei Also insgesamt Wann sind es drei schon gewesen Mhm Weil eins ist im Weltall Und zwei sind hier Dann kann es sein Dass noch mehr Aliens da sind ne Ja Ich muss ja schon sagen ne Sieht schon mächtig geil aus ne Hier Aber Ja Die Sache wie es entstanden ist Ist nicht so geil Ja Wer generell dafür verantwortlich ist Achso Achso Scheiße Ich muss hier raus Ja Jetzt aktiviert sich das Ding Das ist gut Ja jetzt arbeiten Da hinten ist immer ein Schrank Ne Ich wäre in den Schrank schnell geflüchtet Und hätte er zugeguckt Was ist eigentlich mit der Königin Es gibt auch immer ne Königin bei so nem Nest Das ist das Problem Oder Die Königin ist die Frau Die hast du in dieses Brutkasten Und die ist dabei Die finden es auf jeden Fall nicht schön Dass ich hier bei denen das Nest zerstöre Dass sie hier Krawall machen Ja die feiern das Daumen nach oben Elgin hat geliked Hä Hä Du Ordner Hä Hast du ihn zu spät gesehen? Ja Ich hatte ihn gesehen Aber ich hab extra nichts gesagt Weil ich dachte jo Der muss den ja gesehen haben Ja ich hab den nicht genau gesehen Nur halb Ein Bein Ich bin falsch gelaufen Nein Ne warte mal hier ging es ja irgendwo Rein Ich wusste es Ich wusste es Da 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 muss noch eins Das ist voll die Spinnenwichse Lass die Türen noch funktionieren ne Aber ich find die Bauweise eigentlich irgendwie ganz cool gemacht Da haben sich auf jeden Fall gut Mühe gegeben ne Ja klar und der Aufzug da geht natürlich noch Das ist Das stand davor Das stand direkt vor der Tür aber kam nicht mehr durch Alter Das geht immer noch weiter Das hat mich angeguckt Und morgen Ich kann das Nest zerstören Ripley sie haben sich heute schon in genug Gefahr begeben Ich kann alle Kerne einschalten Überlasten Und dann eine Reaktorsäuberung einleiten Alles hier unten wird dadurch zerstört werden Ich versuche nicht sie davon abzuhalten Ich fände es nur gut wenn sie nicht drauf gehen würden Nehm schon mal die Waffen Da sind jetzt wieder die Robbys Es gibt zwei Notfassungen Der Robbys Die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Hirnsspeisen Wenn ich sie abkoppel und das System entlade Wird das Nest dadurch zerstört Ich hab keine Ahnung was sie gerade gesagt haben Halten sie sich einfach gut fest Also ein seh ich Also ein seh ich Zwei seh ich Oh 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 Was Hä Hä Das war nicht so geplant Hopfer Oh Noch einer Da kommen noch zwei Ich hab Angst dass ich irgendwie zu kurz auflade immer Ich meine der One Hit ist gut aber Das dauert zu lange ey Ich glaub das waren alle Waren ja auch genug Ich hab sogar nur noch einen Schuss Ne jetzt hab ich mehr Schuss wieder Dafür hab ich auch noch mal nicht gefunden War auch wichtig brauchtest du auch Oh der wird überlastet? Oh der wird überlastet? Kann man den nicht überlasten? Nö Der Regen ist da Hä? Oh! So Oh ne Oh ne Ja Ja So das war schon Diesmal hat es schneller gefahren Ja Boah wie die Dinger jetzt abgehen Was ist das denn? So Beta Der Beta Reaktor So Beta Dann wollen wir den Beta Reaktor auch mal lassen Jetzt gehen die alle ab Jetzt gehen die alle ab Jetzt gehen die alle ab Okay Okay So So Noll Alter Vater wie viele Pumpgun Hey du hast doch deine Pumpgun wieder Ich weiß Ich hab aber noch genug Schuss Dass ich OneHeads verteilen kann Meinen muss ich sowieso mit Pumpgun ausschalten Möglicherweise Aber gut dass du die rechtzeitig gesehen hast Ne? Ja Was? Ach die haben wir noch nicht mehr versucht mit die Schrotflüter zu töten Ja Egal Yes Oh das war ganz Pech das wir hatten Nee Die sind halt stärker Wegen der Ausrüstung Ne? Die haben zumindest so ne hässliche Position für den Bolzenschneider Schießer? Schieber Schieber Ja Bolzenschieber Ein Schuss Ein Schuss Hä? Ne Schießer Doch Wolzenschießer Weil das Schafe Essig voll komisch aus Schießer Ja Das Ding müssen wir noch überlasten Oder Alpha, Beta und Gamma Oder haben wir den Alpha noch nicht? Ne der Alpha ist noch nicht überlastet worden Doch wir haben mal überlastet Ne? Achso hier müssen wir jetzt Boah ist das grad ein bisschen spannend Ja auf jeden Fall Ja auf jeden Fall Deswegen reden wir auch grad nicht so extrem viel Weil es wahrscheinlich auch grad extrem laut ist Ja Ja das unter anderem Boah wenn jetzt nochmal solche Typen kommen Alter was ein Unwetter Ja Es wird alles da rein gesaugt Und die Energie entlädt sich dann Ja noch mehr Munition für dieses Ding Das ist kein Zufall Hey Oh Da sollen wir rein Boah ich hoffe ich rotte damit das Nest aus und fertig ist die Scheiße Nicht noch mehr Lötst auch Stress Ja Schon vor als musst du wieder noch zwei Aliens töten Mhm Mhm Ja Ja Das kriegen wir hin Aaaaah Haaaaah Jaaah Ja, dann machen wir das mal ne Wie jetzt? Hä? verstehe ich nicht wir haben ihn verstanden er will nach oben ich werde jetzt das Nest beseitigen halten sie sich gut fest muss er nicht verstehen was ist denn das für ein Glas, jetzt werden die gekillt das Nest ist beseitigt auf jeden oh nein zwei drei vier fünf sechs ne oh nein es hat nicht geklappt Freddy sechs stück sind entkommen ja sechs Mist es tut mir leid Ricardo kommen Sie einfach zum Marschall Büro zurück bitte Alter wir haben ein Problem sechs Stück haben überlebt fuck ja wir wollen wie viele das waren so ihr sechs Stück ich hab gezählt ja das sind noch welche gestorben oder haben die alle überlebt entscheidend haben alle großen überlebt aber dafür ist das Nest jetzt weg aber die werden wahrscheinlich noch Sie werden jetzt mächtig aggressiv sein wirklich? Sie müssen zur Krankenstation sofort die Reaktorsäumung sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück Beleuchtung, Transit vielleicht sogar die Funkverbindungen das ist unsere Gelegenheit Sie müssen gehen sofort wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit ich gehe runter zu Communications was musst du aufpassen dass jetzt kein A hinterher kommt vielmehr habe ich Angst dass diese kleinen Facehugger hier unterwegs sind die aus den Eiern kamen wie sollen die jetzt da unten hergekommen sein weiß ich doch nicht die finden bestimmt eine Lösung ich sollte doch jetzt zum ich glaube schon ja zum Krankenzentrum zum Skymit Tower oder? geh zum Christobal Krankenstätte Scheiße locker ist es die oh nein auch nicht ja dann wird es wohl da sein mhm guck mal äh Service Offline Law & Systems ich werde mal speichern nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisenden nö weh keinen Abfall doch die Aliens können das weg machen das sind Müllmänner allesamt dieser Bavone für den Belastopol Wissenschafts- und Medizinturm ja der Medizinturm das geht noch länger boah fuck alter was ist das man locker läuft die äh Karte jetzt auch noch voll oh god wenn die auch noch voll läuft alter dann weiß ich nicht mehr weiter hm lass mal ein Mützchen richten ich bin in der Krankenstation haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? ich bin hier aber zu spät Apollo hat sich von der Reaktor-Somborg erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt ist das behindert? gibt's doch nicht bevor ich los bin habe die Systeme ein sich näherendes Schiff angezeigt ich glaube das ist die Alessidora Marlo hat es geschafft die Autopiloten kurz zu senden während die Kommunikationswege vorüber gehen wir müssen zu dem Schiff doch das an? nein, aber es befindet sich in Warteposition gehen Sie richten Ambulanzanlegestation es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht verstanden finden Sie eine Ambulanz-Shuttle oh nein wir sind so am Arsch ich weiß nicht, soll ich rennen oder? ne, ist glaube ich keine gute Idee zu rennen dann hören die mich hä? da hinten ist was jetzt sind die alle hier, ey scheiße ist das alter Vater ist das scheiße hier locker werden die jetzt in der kurzen Zeit zumindest einen Raum übernehmen dass sie da schon mal Ansätze für ein Nest bauen können ja normal ach Gott okay, eh nicht ach das ist der Raum ich sehe keinen Start auf meinem Terminal Marlo hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt ach, woher hat er sich das gerichtet? ah hier der Krankenstation haben wir schon scheiß Erfahrungen gehabt, ne? ja vor allem weil der eins ist wieder ich hab's grad abgehauen mach auf mach auf oh nein scheiße sind die auch noch da das hat er nicht gesehen das hat er sowas von gesehen der Pisser hat das nicht gesehen der hat das sowas von gesehen oh ne das ist so einer vor allem der rackt dich ne? der kommt auf mich zu das das plus aliens ja was was macht man da? im energy profil ich hab doch nachgeladen ich hab nicht nachgeladen nein, er war nur nicht stark genug aufgeladen lass mich da lang lass mich da lang ja, super! ja, ne nicht in Panik geraten hol ich da irgendeine andere Knarre ich hab alien alter, willst du mich verarschen? jetzt kommt das alien nein er ist drin weg ja gut als ob ach du Pisser scheiße 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 engelbert geh mal weg ja super ja, ich weiß das mir wenig bringt du wirst mich nicht einfangen du wichser du wirst mich nicht einfangen oh oh nein woher? nein, 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 nein hau ab du wichser alter boah jetzt regen sie aber grad alle auf hier ich sehe vor allem nichts das nervt zum Glück überhaupt nicht wenn ich ich speichere mal ab Gefahr ist nah ja boah ich hab richtig Schiss wieder sieht man an meinem Arm voll zwei Mad Kids erstmal da oh fuck du wichser geh ab du renkst mich auf speichern stand er grad in Gefahr? ja geschafft du musst ja immer vorsichtig sein nicht dass du unseren Sprecher gestanden damit riskierst ne? boah alter Vater wir sind jetzt sind wir tot ich hab nicht mehr viel du wichser du Hurensohn ich dachte sie springt zu uns nochmal an das überleben wir nicht das ist viel zu krass das ist viel zu krass die Station ist verloren ich geb ja auch schon Gummi es sind sechs aliens alter was wir zu machen da ist auch wieder eins hier bin ich jetzt hier bin ich jetzt hier wenn das so ist ne Idee ne das ist lieber ich hätte jetzt so ne grad so ne so ne ich dachte das kommt da grad runter oh fuck ach so da hinten ist eins runtergekommen und da vorne ist auch eins oh nein hey das ist es das ist da hingegangen und da runtergekommen voll logisch manchmal verstehe ich die Logik der Aliens nicht da zieh mich auch gut was ein Bild jup boah das fällt fuck 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 du bist ein Pisser Aua ehrt mich nicht boah ich bin so angespannt das glaubt ihr nicht und jetzt hä boah fatz oh oh verdammt mein Zugangsgenerator ist nicht stark genug tch mal ist er durchgekommen blindgranate Version 3 was du Bisser du regst nicht so dermaßen auf mach mal auf die werden immer hartnäckiger oder? die werden immer hartnäckiger oder? die werden immer hartnäckiger oder? ARGH ich hab eins nur noch eins nur noch